Hallo zusammen! Heute werde ich über Antivirenprogramme für Macs sprechen. Obwohl viele Anwender glauben, dass Macs keine Viren bekommen, beweist der neuste Bericht von Malwarebytes das Gegenteil. Sie sahen im letzten Jahr einen signifikanten Anstieg der Gesamtprävalenz von Mac-Bedrohungen mit einer Zunahme von über 400% im Vergleich zum Vorjahr. Denken Sie immer noch, dass Ihr Mac kein Antivirenprogramm benötigt? Wenn Ihnen die Datensicherheit genauso am Herzen liegt wie uns, hilft Ihnen dieses Video bei der Auswahl des besten Antivirusprogrammes für Mac, um alle Viren und Malware zu besiegen. Doch halt, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Diese Begriffe werden oft synonym verwendet, aber sie sind nicht gleich. Malware ist ein Sammelbegriff, der im Grunde jede schädliche Software, einschließlich Viren, umfasst. Ein Virus ist eine spezifischere Art von Malware, die sich selbst repliziert, indem sie schädliche Codes in verschiedene Programme einfügt. Wenn also ein Antivirenprogramm angibt, das es Sie vor Malware schützt, umfasst dies Viren, Würmer, potenziell unerwünschte Anwendungen und andere schädliche Programme. Werfen Sie also einen Blick auf die beste Antivirensoftware auf dem Markt. 1. CleanMyMacX CleanMyMacX belegt aus mehreren Gründen den ersten Platz in unserer Bewertung. Die Malware-Datenbank enthält Informationen über jeden bekannten Malware-Angriff und wird außerdem regelmäßig mit Details zu neuen Viren und Würmern aktualisiert, die in letzter Zeit erschienen sind. So kann diese Software selbst die ungewöhnlichsten Arten von Malware erkennen. CleanMyMacX scannt Ihren Mac auf alle möglichen Arten von Malware. Mit seinem Echtzeitschutz können Sie sicher sein, dass sich keine Malware in Ihr Mac OS einschleichen kann. CleanMyMacX überwacht Ihren Mac im Hintergrund und reagiert augenblicklich auf jede Malware, die versucht, in das System einzudringen. Sie müssen nur den Echtzeitschutz aktivieren und CleanMyMac wird Sie über jede mögliche Malware-Bedrohung informieren. Zusätzlich zu dieser Funktion verfügt das Tool über eine große Auswahl an Optionen, um Ihr System von unnötigen Dateien zu befreien und die Leistung Ihres Macs auf dem höchsten Stand zu halten. Es lokalisiert und entfernt Benutzer-Cache-Dateien, Systemprotokoll-Dateien und anderen Datenmüll, um Ihr Mac sauber und schnell zu halten. Folgen Sie dem Link in der Beschreibung, um CleanMyMacX zu erhalten. Und genießen Sie die Verwendung eines sichereren und schnelleren Macs. 2. Bitdefender Antivirus Der mehrschichtige Schutz von Ransomware und die Entfernung von Adware sind herausragende Merkmale von Bitdefender. Bitdefender hat einen tollen Autopilot-Modus, der nützliche Empfehlungen im Dashboard anzeigt und Sicherheitsfunktionen hervorhebt, die Sie wahrscheinlich noch nicht genutzt haben. Das Do-Not-Track-System blockiert Ad-Tracker auf Webseiten, um zu verhindern, dass diese Ihre Daten sammeln. Zusätzlich zu den traditionellen Malware-Scans überprüft Bitdefender auch Time-Machine-Backup-Dateien auf Bedrohungen. Sie können sicher sein, dass ein Ransomware-Angriff Ihre Backups nicht gefährdet. 3. Intego Intego ist ein bekannter Name im Bereich des Mac-Schutzes und erledigt die Aufgabe, Ihren Computer auf eine unkomplizierte Art und Weise von Malware freizuhalten. Intego ist eher ein komplexer Sicherheitsanzug. Wenn Sie Intego auf Ihrem Mac installieren, erhalten Sie eine Zwei-Wege-Firewall namens NetBarrier, ein Bereinigungstool namens Washing Machine, ein Datei-Backup namens Personal Backup und einen Inhaltsfilter namens Content Barrier, der im Wesentlichen eine Kindersicherung ist. Virus Barrier ist die Komponente der Software, die für den Schutz von Viren zuständig ist. Sie können entweder alle Intego-Komponenten auf Ihrem Mac behalten oder einfach die entfernen, die Sie nicht benutzen und sich an die Produkte halten, die Sie wirklich brauchen. Mit Intego können Sie Scans planen, was eine hervorragende Möglichkeit für diejenigen ist, die vergessen, hin und wieder nach Viren zu suchen. Die Virus Barrier-Komponente verfügt über einen speziellen Quarantäne-Tab, der alle infizierten Dateien von anderen Objekten auf Ihrem Mac isoliert hält. Allerdings wird ein Teil seiner großartigen Arbeit durch den Verbrauch an Systemressourcen zunichte gemacht. Norton Antivirus Plus Norton ist bekannt für seine herausragende Leistung und das ist genau das, was Sie bekommen. Die Mailware-Erkennungs-Engine ist unübertroffen und Sie können es auf mehreren Mac, iOS, Windows und Android-Geräten verwenden. Norton bietet eine Vielzahl von Produkten und Diensten an, die allesamt auf die Online-Sicherheit ausgerichtet sind. Norton Antivirus Plus ist die preisgünstigste Option von allen und trotzdem schützen seine Funktionen Ihren Mac vor Spyware, Ransomware und allen möglichen Formen von Malware. Norton Antivirus Plus enthält auch einen Passwortmanager, der Ihre Dateien zusätzlich schützt. Wenn Antivirus Plus für Sie eine eingeschränkte Option ist, erweitert Norton 360 die Marke, deckt Funktionen ab und unterstützt Android- und iOS-Geräte sowie Windows und Mac. Wie Intego enthält auch Norton eine Firewall, die Sie benachrichtigt, wenn Sie sich mit einem ungesicherten Netzwerk verbinden und blockiert nicht-autorisierten Datenverkehr. 5. Trend Micro Trend Micro ist das freundlichste Werkzeug für Ihr System. Man merkt kaum, dass es da ist, aber es erledigt seine Aufgabe, ohne sie abzulenken. 5. Funktionen wie das Filtern von Inhalten und die Überprüfung der Privatsphäre in sozialen Medien sind nützlich, während die Gesamtgeschwindigkeit des vollständigen Scans 10 Minuten nicht überschreitet. Folder Shield Eine weitere großartige Funktion von Trend Micro verhindert, dass nicht vertrauenswürdige Prozesse auf Dateien zugreifen, die in Ihren geschützten Ordnern gespeichert sind. Trend Micro plant einen monatlichen Schnellscan, mit dem Sie Ihren Rechner regelmäßig auf Bedrohungen überprüfen können. Trend Micro leistet gute Arbeit, indem es die E-Mails, die Sie erhalten, auf Betrug überprüft und Sie vor verdächtigen und gefährlichen Websites warnt. Obwohl die sehr minimale Oberfläche von Trend Micro für einige Benutzer schlicht erscheinen mag, werden die anderen Sie angenehm unaufdringlich finden. 6. Sophos Home Mit Sophos können Sie bis zu 10 macOS-Geräte für einen relativ geringen Preis schützen, der bei 60 Dollar liegt. Es gibt eine kostenlose Version, aber ehrlich gesagt bietet sie nur einen Basisschutz. Wenn Sie also einen erweiterten Ransomware-Schutz benötigen, entscheiden Sie sich für die Premium-Version. Außerdem kontrolliert das Premium-Abonnement den Zugriff auf Ihre Webcam und Ihr Mikrofon, um sicherzustellen, dass keine App diese heimlich nutzen kann. Sophos ist eine gute Option für Eltern, da es eine Kindersicherungsfunktion bietet, die Ihr Kind vor unerwünschten Inhalten schützt. Sie können es entweder so einstellen, dass eine Warnung angezeigt wird oder der Zugriff auf bestimmte Kategorien von Websites für Ihr Kind gesperrt wird. Der Nachteil ist, dass Sophos für Mac gelegentlich einige gefährliche Websites übersehen kann. Die Windows-Version kann jedoch mit ausgefeilten Filtern für die Kindersicherung aufwarten. 7. AVG AVG-Antivirus bietet Basis- und Vollschutz und die gute Nachricht ist, dass BASIC kostenlos ist, sodass Sie es ohne Risiken ausprobieren können. Wenn Sie auf die drei Punkte neben der Schaltfläche Scan Mac klicken, bietet Ihnen AVG drei Scan-Optionen an. Mac-Scan, Deep-Scan und File-Scan. Die erste prüft die am meisten gefährdeten Stellen auf Ihrem Mac. Das sind wahrscheinlich die Systemdateien. Der Tiefenscan ist nichts Neues und Sie wissen wahrscheinlich, dass er dazu dient, fast alle Dateien und Ordner auf Ihrem Mac zu scannen. Der Dateiscan ist eine nützliche Option, mit der Sie die genaue Datei zum Scannen angeben können, was nur ein paar Sekunden dauert. Was die kostenlose Version angeht, leistet AVG unglaublich gute Arbeit. Manchmal können Mac-Scans ein wenig zu lang sein, aber wenn das kein Problem für Sie ist, sollten Sie dieses Antivirenprogramm unbedingt ausprobieren. Wie Sie sehen, gibt es eine ganze Reihe anständiger Antivirenprogramme für Ihren Mac. Apple ist eine ziemlich sichere Arbeitsumgebung, dennoch ist er nicht vollständig vor Viren, Spyware, Ransomware und Trojanern geschützt, die sich auch in E-Mail-Anhängen verstecken können. Ein Auge auf Ihre digitale Sicherheit zu haben, ist unerlässlich und es ist möglich, dies effektiv zu tun, ohne ein leistungsfähiges Antivirenprogramm. Hoffentlich haben Sie das passende Antivirusprogramm gefunden. Sehen Sie sich die Beschreibung für Links und Details an und danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Chef ihr krasiert. Gut. Hu IO Oops. Untertitelung des ZDF, 2020